Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb und heute präsentieren wir der PC Video Line AMD Threadripper 1950X und wollen sehen wie dieser sich benehmt im Zusammenhang mit unseren Videoschnitt Programmen. Und heute ist als allererster dran Adobe Premiere. Die habe ich hier schon aufgebaut aus Zeitgründen, es wird sowieso eine lange Sitzung, habe ich alles gemacht um das ganze auch zu verkürzen. Ja als allererster haben wir hier dieses HD Material, wie das aufgebaut ist, habe ich schon erklärt in dem vorherigen Film, wo wir das ganze auf dem Skylake haben laufen lassen. Ja und hier sieht es schon der Unterschied nach dem Skylake, zum Beispiel hier wird ja hier wird müde gelächelt, es werden kaum CPUs benutzt und ihr merkt hier ist also ein anderes Kaliber am Arbeiten, weil hier hatten wir schon Probleme, hier sind sie definitiv nicht vorhanden. Allerdings wird hier auch kein Quicksink unterstützt, da war ja was. Die gibt es hier sowieso bei der AMD Threadripper überhaupt nicht, das heißt hier zählt die reine Rechenleistung und die kommen natürlich bei solchen Qualitäten dann gut zur Geltung. Schauen wir das ganze mal mit zwei Kanalen an, hier war Ende und ja hier sieht es eigentlich alles super die Tobi aus. Machen wir drei Kanalen. Auch hier sieht alles wieder wunderbar aus. Ich musste zwar einen Trick anwenden, sprich was heißt Trick, ich habe das Bild Materiatur, weil es HD ist hoch skaliert auf 200% Bild und Bild dementsprechend natürlich weniger. Neben der normalen Umgebung wollen wir natürlich auch sehen, wie benehmen sich Filter bei das Ganze. Das heißt, wir fangen mal an ohne Filter, das war eben wie gesagt kein Problem. Hier haben wir einen Filter reingesetzt, das ist einfach eine Kolleranpassung. Auch das scheint kein Problem zu sein. Schauen wir mal an, wie das aussieht mit zwei Kanale und zweimal eine Kolleranpassung. Oder was haben wir hier? Nö, hier haben wir sogar eine Lymetrix. Das ist schon ein etwas schwerer Filter. Ja und bei drei auch kein Problem. Also genehmigt. Überhaupt kein Thema, was der Leistung angeht. Ja, wenn es so weiter geht, dann wären wir höchst zufrieden und würden wir alle einen AMD Threadripper kaufen, weil das Ganze läuft ja auch noch ab in der Sequenzeinstellung von 50p. Wir haben hier die DNXHR Codex ausgewählt. Ich will die höchstmögliche Qualitäten immer sehen und 50p, wie gesagt, und wir haben auch in der Video-Vorschau alles auf maximale Qualität gesetzt. Natürlich haben wir die Grafikkarte hier in Benutzung. Das heißt, ich habe hier in die Einstellungen dafür gesorgt, dass die, ne, der Mercury-Playback inklusive KPU-Beschleunigung, weil das ist nur legitim. Wenn ich eine Grafikkarte und gute Grafikkarte habe, darf ich den verwende. Hier drin ist jetzt die GTX 970, weil eben dieses Programm auf eine Grafikkarte hört. Macht es natürlich teurer als, ich sage mal, eine Standard-Grafikkarte, aber es lohnt sich, weil dadurch die Beschleunigung auch wieder ein richtiges Stück nach vorne geht. So, der AX33 3053, also AX53 und die VXF 999 von Panasonic habe ich alle in ein Timeline gelegt. Warum? Weil das im Prinzip alles auf dem gleiche Codex beruht. Es ist AVC-Material in 25p oder eben in 30p, aber ich finde, da muss ich nicht jedes Mal einzeln testen. Aus Zeitgründen wieder haben wir die zusammengefügt und das Material einfach durcheinander geschmissen. Hier sehen wir schon, dass der Leistung dann doch etwas mehr abverlangt wird, weil, ja, jetzt sitzen wir eigentlich schon wieder in 4K-Material, aber es ist immer noch wirklich harmlos, was ich hier sehe. Also, überhaupt kein Thema für Adobe Premiere. Schauen wir mal, was es aussieht, wenn wir drei Kanäle hier laufen lassen. Oh, hier rückgerte. Ne, das war ja der. Am Start kann es durchaus sein, dass es ein bisschen rückgert. Er muss sich ja fangen. Der Cache muss ja hochlaufen und so weiter. Ja, sieht wunderbar aus, finde ich. Kein Problem. Wie sieht es aus mit Filter? Hier gibt es dann doch Unterschiede. Fangen wir gleich an mit dem Filter dabei. Das heißt, Bild und Bild ging ja und hier haben wir, ja, hier haben wir einfach ein Chroma Key drauf, ein Lymetrix, ein Monochrom, also ein Chroma Key ist das letzte. Also, wir haben dafür gesorgt, dass wir schwarz-weiß sehen. Spielt aber keine Rolle, es funktioniert und das ist super wichtig, weil darum geht es ja. Mit drei Kanalen können wir ja auch nochmal ausprobieren. Hier liegt ein Farbwandlung. Also, es sind einfache Effekte, aber einfach auch, um zu sehen, wie haben wir hier zu arbeiten. Ja, hier sieht es wirklich gut aus. Ich finde, auch drei Kanale mit 25p und Filter ist bei dieser Adobe Premiere überhaupt kein Problem, auch wenn ihr hier Langeweile schiebt oder eben das nicht richtig ansteuern kann. Ich glaube eher, aber Langeweile schiebt. Nö, ich bin zufrieden. Gehen wir weiter. Kommen wir auf die GoPro. Ja, und hier ist die Achilles-Ferse von Adobe, muss ich sagen. Also, ich bin gar nicht zufrieden mit der GoPro, auch wenn der Codex natürlich alles andere als gut ist bei der GoPro. Da wird gepackt bis und geht nicht mehr. Die Cops sind sehr, sehr groß. Aber das Material ist eigentlich nichts Besonderes. Wir laufen mit 30p, 50 Megabit. Das sollte eigentlich viel, viel sauberer laufen. Ja, hier bin ich definitiv nicht zufrieden. Gut, einen Kanal schafft er, aber eben bei der zweite gibt es schon Probleme. Und was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, dass er ab und zu einfach komplett meinen Rechner kaputt schmeißt. Ich habe also hier zwei Wochen getestet und Sie können mir glauben, mit diesem Material verzichte ich lieber auf der Adobe. Sie sehen, was passiert bei drei Kanäle. Er steht komplett 0,0. Und wenn Sie, jetzt habe ich Glück, ich bin ja wieder da, aber wenn Sie Pech haben, dann sind Sie auch weg. Drei Kanäle sind also definitiv zu viel. Was verwunderlich ist, weil das Material ist genauso hoch wie der AX53. Aber da merkt man dann die Codexen, die verwendet werden. Es ist nicht nur Adobe, was da was für kann. Die Codexen sind genauso wichtig. Aber es ist ja klar, dass in einer Kamera von 300 Euro nicht die gleichen Codexen kommen, wie ich sage mal eine Kamera von 2000 Euro. Ja, oder 1000. Das sind dann Spielchen, wo ich sage, was mache ich. Wenn wir zum Beispiel die ganz neue AX0 nehmen von Sony, der hat wirklich einen hervorragenden Codex und ist genauso klein wie der GoPro und kann wirklich sehr gutes Material liefern, auch aus der Lüfte. Also man kann da wirklich Alternative finden, wenn es sein muss. Eine Alternative sehen wir gleich auch. Gut, hier merken Sie schon, was passiert. Es röckelt, er ist zu langsam. Und das bei einem Kanal mit einem Filter. Hier haben wir eine andere drauf. Ich bin aber nicht zufrieden. Ich will auch aufhören, weil ich habe einfach Angst für einen Absturz und den muss ich nicht haben. Ich habe in jedem Fall ein No-Go für die GoPro aufgeschrieben, weil ich einfach nicht mit dem Material arbeiten kann. Es kann drei Minuten, vier Minuten gut gehen, aber dann stehen sie wirklich und hängen sogar teilweise. Also ich bin da kein Vorstand davon. Anders sieht es hier aus. Und zwar ist das in meinen Augen ein sehr guter Ersatz auf der GoPro. Ich habe auch einen Link unten in YouTube wieder gelegt, damit Sie das über uns kaufen können. Das heißt, Sie kaufen bei Amazon, Mediamarkt etc. Aber über unseren Link, was uns natürlich ein kleiner Guthabe mitbringt. Und so können Sie uns unterstützen und wir können wieder Firmen machen. Das ist eine Win-Win-Situation. Und warum das wichtig ist, sehen wir jetzt hier, weil hier haben wir eine Kamera, die YI 4K Plus. Und diese Kamera ist mit 50 oder 60p unterwegs. Und heißt also, wir können hier wirklich in 4K 60p Filmaufnahme machen mit einer Kamera von 350 Euro. Auch hier ist gesagt, dass dieser Codex alles andere als gut ist. Aber Adobe Premiere nimmt das mit Humor und nimmt das sogar gelassen. Es funktioniert einfach. Und da bin ich sehr begeistert, weil die GoPro zum Beispiel da deutlich andere Probleme hat. Und Sie werden sehen, dass auch andere Programme hier andere Ergebnisse bringen. Ja, sogar 3 Kanale, überhaupt kein Problem. Er spricht alle CPUs. Nee, nicht alle. Okay. Er schiebt noch Langeweile. Aber 20 CPUs spricht er in jeder Fall an. Trads muss man sagen. Es sind keine CPUs, es sind Trads. Also 10 Kerne sind kein Thema bei dem. Man kann einfach dann einzeln. Ja, jetzt will er natürlich nicht. Bei 3 mittendrin starten, das ist ein Problem. Fangen wir nochmal mit 2 an und lassen ihn weiterlaufen. Dann sollte er es kein Thema haben. Da ist mit Sicherheit ein Cache-Controlling drin. Und man muss ja auch sagen, das ist wirklich Hardcore, was wir hier machen. 50p in einem DNX HD-Codex ist nicht von schlechten Eltern. Und wenn wir dann mehrere Timelines schon laufen haben, ist gut. Wie sieht es aus mit Filter? Well, Filter sind bei Adobe schon etwas anderes. Na, sauber ist anders. Hier ist ein ganz normaler Gamma drauf. Also nichts Besonderes. Und wir rückeln diese Autos definitiv. Und hier sehen wir nicht viel. Hier ist die Gamma zwar auch drauf, aber hier sieht es eigentlich gut aus. Schauen wir mal, wie es aussieht mit 2. Auch das sieht für mich gut aus. Das heißt, die 30p, das sieht wieder nicht gut aus. 60p ist kein Problem. Komisch, aber es ist so. Ja, machen wir weiter mit der 3er noch eben. Also bei 3er und Filter sehen wir dann doch am Ende, würde ich sagen. Obwohl er fast versucht es. Aber Sie sehen, auch die Auslastung gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich sehenswürdig. Die nächste ist der DVX-200 und das ist eine Kamera, wo wir dann wirklich über 50p arbeiten. Das heißt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Unsere Einstellungen in der Sequenz sind eben auch auf 50p ausgelegt. Und das heißt, er sollte eigentlich sehr gut damit zurechtkommen. Wir gehen auch nach dem 2. Kanal direkt. Auch da sehe ich kein Problem. Und dann holen wir nochmal ein dritter dazu. Auch hier würde ich sagen, sieht es eigentlich angenehm aus. Sehr gut eigentlich, weil dieses Material nicht gerade das kleinste mehr ist. Und ja, die Kamera wirklich ein hervorragendes Bild abliefert. Und dementsprechend, wie sieht die Auslastung aus? Da wird wirklich angepackt. Also da können bis zu 32 Clips. Also Adobe benutzt auch die 32 CPUs. Auch wenn das sehr unterschiedlich ist, auch nach wie lang welches Material eben anliegt. Aber Sie sehen es selber. Da kann man zufrieden sein. Wie sieht es wieder aus mit dem Filter? Erstmal einfach einer. Das sehen wir natürlich schlecht. Warten wir mal mit die 2 ab. Da läuft es. Also auch das ist kein Thema. Nein, ich würde sagen, das funktioniert. Und auch 2, na 3, geben wir nochmal einen Schanz. Das war dann zu viel. Also 2, kein Thema. 3, eigentlich auch nicht. Also bin ich, nein, doch da haben wir wirklich Probleme wieder. Okay, also bei 3 läuft die Kästchen leer. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Problem, wenn es um 3 geht. Aber das ist schon fast da, wo wir sein wollen. Und das ist dementsprechend sehr gut. Vor allem, wenn wir berücksichtigen, dass wir wirklich hier in 4K 50p schon wiedergeben. Ja, unser kleines Problemkindchen in Adobe. Sie sehen, was hier passiert. Ist Rekord und Rekord. Bei 24p 422. Jetzt geht es allerdings. Ja, ihr rückert es wieder. Also manchmal geht es wirklich gut. Ja, wir haben wirklich noch die 50p. Man muss da immer wieder nachschauen. Manchmal geht es gut und hat man ein gutes Ergebnis. Aber im nächsten Moment kann es dann wieder rücken. Und ich kann Ihnen leider nicht sagen, warum. Im Moment geht es wunderbar. Bei 50p sollte er sowieso kein Problem haben. Das heißt, da haben wir wieder ein Format, was völlig identisch ist. Und wenn wir da dann die zweite Bild im Bild haben, geht es eigentlich gut. Also hier scheint dann die Cache richtig gefüllt. Ja, ich finde, das ist in Ordnung. Ja, jetzt Rekords wieder. Also irgendwas stimmt hier nicht mit dem Codex. Manchmal geht es echt gut. Und jetzt bei 3 ist sowieso aus Ende. So, da müssen wir mit Sicherheit nochmal gucken, wenn wir unseren Trick anwenden. Sprich, dass wir die Darstellung einfach ein bisschen kleiner machen. Was natürlich legitim ist, um wirklich die Geschwindigkeit rauszuholen. Und im Native Codex, das ist, was wir machen. Wir schmeißen einfach das Material, so wie es ist, auf der Timeline. Und schauen einfach, können wir damit arbeiten oder nicht. Ja, mit Filter funktioniert es eigentlich. Das wundert mich ein bisschen, aber ist okay. Ich kann hier nicht sagen, dass es nicht läuft. So, aber hier müssen wir nochmal dran, definitiv. Die FS7. Das ist natürlich, das ist eigentlich ein 10-Bit-Material. Was natürlich nicht ganz so einfach ist. Aber er scheint es ja zu machen. Ja, er läuft. Schauen wir mal, was passiert bei 2. Auch da scheint es zu laufen. Oh, das sind fast identische Bilder. Das ist natürlich nicht so schlau. Und wir schauen dann direkt mal, wie es mit Filter aussieht. Okay, da ist Ende. Sie sehen es, es rekordt. Auch Adobe gibt hier einen roten Strich für, lasst mich hier in Ruhe. Ja, da ist also endgültig auch Nachforschung nötig. Aber, auch hier ist es wieder gut zu sehen, dass er, ne, hier nimmt er eigentlich nicht alle CPUs. Also, das haben wir schon deutlich besser gesehen bei Adobe. Da scheint die Codex einfach noch nicht ausgereift zu sein bei der Firma Adobe. Ja, der letzte ist der Shogun. Der Shogun haben wir auf einen sehr hohen Wert gesetzt. Nämlich das Maximale, was eben möglich ist. Und jetzt sehen wir dann doch, dass wir hier heftig Probleme haben. Das hat nicht so sehr mit der Auslastung von den CPUs. Die tun sich ihre Mühe. Aber ich denke, hier haben wir wirklich sehr viel Material. Wo jetzt scheint er sich gefangen zu haben. Ne, aber es ist ein Rekord oder es steht sogar. Also, hier, auch hier müssen wir wirklich auf unsere Tricks hoffen. Die Tricks sind, achso, wir haben ja noch am Ende, haben wir noch unsere Erde. Und zwar, es besteht diese Erde aus Einzelbilder. Ja, das ist also eine Sequenz. Und hier geht es darum, können wir die in Echtzeit wiedergeben oder nicht. Und wie Sie sehen, das funktioniert zumindest hier in Adobe nicht. Und das kommt hauptsächlich dadurch, dass Adobe gar nicht die CPUs benutzt, sondern bei Bildsequenzen, also PNGs, ja, acht Kerne eigentlich wirklich beansprucht. Alle andere sind für andere Aufgaben da, aber die wirkliche PNG-Begleitung sind acht gerne oder zehn von mir aus. Aber mehr ist es wirklich nicht. Und dadurch kriegen wir Rekord. So, was können wir jetzt gegen diese Problematik machen? Wir haben also einige Codex, die noch Probleme machen. Die GoPro packe ich nicht an. Das ist eine No-Go für mich. Da muss Adobe dran oder GoPro, aber ich glaube eher Adobe. Weil bei anderen sieht es anders aus. Dafür war der YI eine absolut großartige Leistung. Und wir brauchen eigentlich erst ab der DVX 200 ein paar Sachen noch anzuschauen, ob wir da wirklich was erreichen können. Als erstes würde ich sagen, bleiben wir in 4K, aber 25P. Wir können aber die Wiedergabe deutlich heruntersetzen. Das heißt, wir machen hier mal auf 1080 mit 19,20. Machen wir das so. Wenn ja nicht anders wäre. Und wir können natürlich die Renderqualitäten heruntersetzen, damit wir ein bisschen Reserve haben. Gut, und hier können wir bei der Bildschirmausgabe auf die Hälfte gehen. Das ist immer noch sehr, sehr gut. Und jetzt können wir das wieder laufen lassen. Okay, bei 1 war kein Problem. Ich glaube, bei 2 war es auch noch kein Problem. Aber sehen, jetzt rück kurz. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Also hier hat er jetzt mehr Probleme. Vielleicht kann mir das einer erklären unten in der YouTube-Kommentaren, warum ich jetzt plötzlich hier dann mehr Probleme habe. obwohl es jetzt scheint, es scheint er sich gefangen zu haben. Und das funktioniert. Dann schauen wir mal mit Filter, wie es aussieht wieder. Da fangen wir gleich mit die 2, weil ich glaube, der dritte hat er nicht mehr gemacht. Aber das andere ging eigentlich. Auch hier sieht es gut aus. Also jetzt finde ich es auch in Ordnung. Jetzt funktioniert es auch. Also da sehe ich jetzt überhaupt kein Thema. Das war die Nummer 1, GA5. So, schauen wir mal das GA5-Material an. Da ging es, glaube ich, um die 2 mit Filter. Also einer läuft, 2 laufen jetzt auch ohne Probleme. Immer darauf achten. Ja, jetzt sieht es natürlich viel, viel besser aus. Und hier kann ich jetzt auch schon zufrieden sein. Wir können jetzt auch nochmal 3 versuchen. Das heißt, die setzen wir mal da hin. Das muss ja nicht auf die gleiche. So, das sieht eigentlich gut aus. Und ja, absolut okay. Also GA5 auch genehmigt. Die FS7 war eine Katastrophe. Ob es eine Katastrophe bleibt. Schauen wir mal. Auch hier kann ich ja einfach sagen, mach mal 25 frames, mach mal 19, 20. Ich habe keine andere Methode gefunden. Und mach mal Haubebild. Haben wir schon. Schauen wir das mal an. Fangen wir gleich auch hier an. Aus Zeitgründe. Auch hier ist der Filter noch immer ein Problem. Nein, jetzt geht's. Lol. Es geht. Weiß nicht wie, aber es geht. Also Adobe scheint in dem Moment, wenn Filter dazukommen, also wenn Farbänderungen dazukommen, doch deutlich negativ drauf zu reagieren. Ich kann auch nicht feststellen, ob ich wirklich in 4.2.2 arbeite. Ich habe es nicht gefunden. Auch bitte hierfür eine Nachricht unter der Firma, wo das sein könnte. Dann können wir da wieder drüber reden. Aber ich würde sagen, FS7 mit Anpassung finde ich in Ordnung. Läuft, funktioniert. Und mehr wollen wir ja nicht. Dann haben wir die Blackmagic Ursa. Die war sowieso schon gut. Also da sehe ich kein Problem. Können wir mal die 3 genau machen. Auch hier haben wir keine Probleme. Ist genehmigt. Schogen. Nehmen wir mal ab hier. Also alle Materialien, ne, außer diese hier. Schogen, aber auch hier mit versuchte Tricks ein Problem. Ne, hier läuft es nicht. Also können wir aufhören. Dann schauen wir noch eben Kugo, ob wir dadurch, dass wir die Qualität runtergesetzt haben, ob wir dadurch ein besseres Ergebnis kriegen. Oh, das sieht schon gut aus. Schauen wir mal. Oh, nein, es ist Rekord, es ist Rekord, es ist Rekord. Also es ist auch nicht sauber. Ja, schade. Ich habe es auch nicht anders erwartet, aber man kann ja nie wissen. Vielleicht klappt es. So, ja, das ist eigentlich der Rundgang von Adobe. Wenn ich Resümee ziehen muss, dann heißt es einfach, Ach, ich habe durchaus keine, ja, ich bin eigentlich zufrieden mit der Adobe. Ich habe Probleme mit der GoPro, das ist für mich eine No-Go. Dafür ist aber der YI 4K Plus eine absolute Wonne. Und alle andere kriege ich mit Tricks, wenn sie nicht sofort laufen, auch am Laufen. Der größte Problem hat eigentlich der FS7 gemacht. Aber das liegt auch an Format, worin wir natürlich arbeiten, weil wir eine Wandlung durchführen von einem AVC-Format oder einem Intra-Format auf dem XHR-Format. Aber gut, wir haben nun mal einen Codex ausgewählt. Es gibt leider keine Sony-eigenen Formate in 4K. Ja, dementsprechend müsste wir ja auch bewusst eher was wählen. Ja, alle Kommentare und alle negativen Effekten von wie ihr das findet oder auch positiven, bitte unter der YouTube-Firme. Ja, weil alle sollen das mitkriegen, damit wir alle uns ein Bild machen können von das Ganze. Ihr könnt uns unterstützen durch die jeweilige Links unten in YouTube anzuklicken. Denn dann profitieren wir ja auch davon, dass ihr bei den jeweiligen Firmen etwas kauft. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dann machen wir, ja, welche machen wir dann? Dann machen wir den Davinci Resolve.